Moin Leute, es freut mich, dass ihr wieder dabei seid und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute werde ich euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ich mehr Schuhe bei Ruffles und Releases ergattern konnte und ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch ein bis zwei Sachen dabei sind, die eure Erfolgsaussichten verbessern werden. Also, damit ihr nichts verpasst, schaut euch das ganze Video bis zum Ende an. In den letzten ein bis zwei Jahren haben sich die Erfolge ja nicht bemerkenswert erhöht. Und das Ganze ist so, obwohl eigentlich das Thema Botter von den Unternehmen aktiv angegriffen wurde. Es liegt daran, dass einfach die breite Masse vermehrt Zugang zum Thema Sneaker erhalten hat und somit die Bots schlicht und ergreifend einfach nur durch echte Kunden ersetzt worden sind. Das Ganze bedeutet aber auch, um sich jetzt von der breiten Masse besser abzuheben, wirklich drauf zu achten und mit Kleinigkeiten seine Chancen am Ende des Tages zu verbessern. Dementsprechend möchte ich auch gleich anfangen. Den Beginn mache ich hier mit dem Thema Nike Sneakers und Adidas Confirmed. Beides sind die zwei größten Apps in diesem Business und dementsprechend haben sie auch die größten Stock Numbers. Heißt, primär solltet ihr darauf achten, dass ihr euren Fokus auf diese beiden Apps legt. Grundlegend gibt es hierbei aber ein paar Sachen zu beachten und ihr könnt hier eure Chancen deutlich verbessern. Anfangen möchte ich hier erstmal mit der Basis. Denn beide Apps basieren auf einem Algorithmus. Der Sinn und Zweck eines Algorithmus ist nichts anderes, als euch am Ende des Tages als aktiv oder inaktiv zu bewerten und zu den jeweiligen Accounts ein Persönlichkeitsprofil zu erstellen. Das bedeutet, ihr müsst gut darauf achten, mit welchen Informationen ihr diesen Algorithmus am Ende des Tages auch füttert. Also, wenn ihr beispielsweise euch Beiträge und Likes anschaut, solltet ihr zum einen wirklich aktiv sein, das bedeutet, nicht zu schnell durchscrollen, oder ihr solltet die Videos auch wirklich angucken. Zum anderen sollten die Informationen aber auch stimmig sein. Das bedeutet, das Ganze, was ihr liked und euch anguckt, sollte auch einem gewissen Schema folgen. Denn es ist der Zweck dieses Persönlichkeitsprofils, eine digitale Version von euch zu erstellen. Und wenn ihr jetzt einfach wild irgendwelche Informationen liked, dann ist das natürlich am Ende so, dass das Ganze nicht mehr stimmig ist. Zusätzlich sollte auch nicht an jedem Release teilgenommen werden. Denn das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Algorithmus euch schlicht und ergreifend einfach nur als Kunde sieht, der nur bei diesen Releases mitmacht, um sie weiter zu verkaufen. Und ihr möchtet ja am Ende des Tages, dass ihr als validierter Kunde geltet und somit sowohl eure Schuhe zum Tragen selber kaufen könnt, beziehungsweise mehr Chancen habt, Schuhe zum Resellen zu bekommen. Um das Ganze jetzt auch noch ein bisschen weiter zu stricken, komme ich zu dem Thema Accounts. Hier ist es natürlich auch möglich, die Chancen zu verbessern, wenn ihr mehrere Accounts habt. Aber auch hier gibt es ein paar Sachen, die ihr beachten müsst und wo ihr vorsichtig sein müsst. Das ist zum einen das Thema Zahlungsmöglichkeiten. Möchtet ihr, dass ihr nicht am Ende des Tages rausfliegt und ausscheidet, sondern euer Kauf durchkommt, solltet ihr bei mehreren Accounts nicht dieselben Zahlungsmittel verwenden. Das bedeutet, nutzt beispielsweise am einen Account einen PayPal-Account und auf dem anderen eine Kreditkarte. Dazu kommt aber auch, dass ihr hierbei nicht in demselben Netz sein dürft. Das heißt, kauft ihr oder nehmt ihr an dem Ruffle teil, dann solltet ihr beispielsweise mit dem Handy in den mobilen Daten sein und mit dem Laptop, Computer oder Tablet auf der anderen Seite im WLAN sein. Denn über dieselbe IP-Adresse kommt ein Shadowban und das Ganze bedeutet nichts anderes, als ihr bekommt es zwar nicht mitgeteilt, aber ihr werdet nicht in den Lostopf geschmissen. Und das Ganze ist so gut getarnt, dass ihr aktiv an dem Release teilnehmen könnt, ihr aber nicht ausgewählt werden könnt, weil ihr einfach gar nicht erst in dem Lostopf seid. Also hier regelmäßig darauf achten, wenn mehrere Geräte oder Accounts, dann niemals im selben WLAN- oder Internetnetz. Der nächste Punkt, der in diesem Zusammenhang wichtig ist, ist das Thema Lieferadresse. Bitte schaut darauf, dass wenn ihr mehrere Accounts habt, ihr nicht dieselbe Adresse bzw. die identische Adresse verwendet und mindestens minimale Veränderungen vornehmt. Das heißt, schreibt zum Beispiel bei eurer Straße bei zwei Accounts einmal Straße mit scharfem S oder nur STR und im anderen Account dann beispielsweise mit Doppel-S. Das Ganze reicht zumindest schon mal aus, um den Algorithmus auszutricksen. Das Ganze bedeutet aber nicht, dass ihr wirklich dann mit der Bestellung durchkommt. Auch hier kann es dann noch sein, dass das Ganze auffällt und eure Bestellung storniert wird. Also im Idealfall habt ihr vielleicht noch eine Adresse oder einen anderen Namen, an den ihr das schicken könnt, wie beispielsweise den Wohnsitz eurer Eltern und hierdurch ist die Wahrscheinlichkeit dann minimiert, dass ihr auffliegt. Geht man da bei dem ganzen Thema jetzt noch weiter, dann haben wir nicht nur das Thema mehrere Accounts, sondern auch noch das Thema Käufe. Denn ich konnte feststellen, dass ich sowohl bei Adidas als auch bei Sneakers mehr Erfolge erzielen konnte, als ich wirklich Produkte dann bei beiden Marken gekauft habe. Sei es jetzt normales Sport-Equipment oder normale Sneaker. Beides fließt, so wie ich vermute, am Ende des Tages zusammen und bedeutet, dass ihr ein valider Kunde seid und ihr kriegt dadurch bessere Chancen bei Ruffles und Releases. Bei Adidas muss ich dazu sagen, dass das Ganze wirklich gut gelöst worden ist, denn hier gibt es einen Pass, bei dem ihr mit jedem Kauf Bonuspunkte bekommt. Ihr steigt im Laufe der Zeit ein paar Level auf und mit den aufgestiegenen Leveln habt ihr höhere Chancen, euren Schuh der Wahl zu bekommen. Bei Nike ist es leider nicht so, da kriegt man keinen Nachweis und man weiß es nachweislich nicht. Heißt, hier ist das Ganze nur eine Annahme, aber es wäre stimmig, weil so war es zumindest bei mir. Zusätzlich wichtig ist, dass hier der Zusammenhang zwischen den Apps erkannt wird. Das bedeutet zwischen Adidas Confirmed und Adidas, sowie Nike Sneakers und Nike. Denn ich habe angefangen, bei Nike aktiver in der normalen App zu agieren und auch hier konnte ich direkt einen Unterschied feststellen. Ich habe, seitdem ich angefangen habe, wirklich mich auch aktiv auf der Nike App zu bewegen und dort Beiträge zu liken, als Favoriten zu markieren oder Produkte zu kaufen, mehr Exclusive Access bekommen und auch mehr Schuhe bei den normalen Releases bekommen. Auch das könnte also ein Weg sein, wie ihr eure Chancen verbessern könnt. Aber neben diesen zwei großen Quellen gibt es natürlich auch noch viele kleinere. Um nur einige Beispiele zu nennen, gibt es hier Footlocker, Snipes, JD, Asphalt Gold oder Soulbox. Auch hier habe ich noch ein paar kleine Tipps und Tricks für euch. Grundlegend ist es so, dass ich zum Beispiel davon abrate, bei Footlocker-Drops mitzumachen. Diese sind unwahrscheinlich zeitraubend und ich bin ganz ehrlich, ich habe in dreieinhalb Jahren Sneaker-Game bis jetzt dort nicht einen Schuh bekommen. Dementsprechend nehme ich bei diesen Releases gar nicht mehr teil. Betrachtet man das Ganze jetzt eben aus der Perspektive, dass man sich nur auf die anderen konzentriert, hat man hier bei JD den Vorteil, dass die mehr oder weniger gehypten Schuhe meistens als Ruffle kommen. Das heißt, man hat hier den Zeitdruck nicht, man hat ein Zeitfenster, in dem man die Schuhe kaufen kann. Hier muss ich sagen, sind die Erfolgsaussichten erstaunlich gut und ich habe hier schon ein paar Schuhe ergattern können. Was ich aber auf der negativen Seite bei JD dazu sagen muss, dass das Verpackungsmaterial beziehungsweise die Art und Weise der Verpackung echt scheiße ist. Denn bis jetzt ist bei all den Schuhen, die ich bekommen habe, jede Verpackung im Arsch gewesen. Also dementsprechend, wenn ihr den Schuh da versucht zu kaufen, habt das im Hinterkopf, denn hier ist dann ein Verkauf über die großen Marktplätze wie StockX und Goat eher schlechter zu bewerten oder beziehungsweise ihr solltet eher dann über eBay Kleinanzeigen verkaufen. Ihr kriegt weniger dafür oder ihr solltet ihn im Idealfall selber anziehen. Zwei weitere Optionen sind dementsprechend hier dann noch Snipes und Soulbox. Jetzt möchte ich erstmal auf Snipes eingehen. Hier ist es so, dass die Schuhe um bestimmte Uhrzeiten, genauer gesagt meistens um 9 Uhr droppen. Hier sind die Aussichten nicht sonderlich gut, aber auch hier konnte ich schon ein paar Schuhe bekommen. Ihr müsst einfach wirklich gucken, dass ihr, wenn ihr diese Apps habt, wie Sneaker Addicted, Deadstock oder Heatmovement, dass ihr vor den Benachrichtigungen dieser Apps in der App von Snipes oder auf der Website seid. Denn da ist die Chance größer, dass ihr noch durchkommt, bevor dieser große Andrang auf die App oder die Website kommt und das ganze System crasht. Dementsprechend müsst ihr wirklich selber gucken, dass ihr euch die Zeiten merkt, an welchen Tagen und um welche Uhrzeiten die Releases kommen. Bei Snipes kommen manchmal auch welche dann um 14 Uhr. Also immer aufmerksam sein und auch hier aktiv euch bewegen und rumgucken und eigene Erfahrungen sammeln. Denn das ist meiner Meinung nach vor allem in Bezug auf Snipes das Wichtigste, denn seitdem ich da auch wirklich aktiv dahinter bin, habe ich mehr Schuhe bekommen. Die letzte Möglichkeit Schuhe zu bekommen, die ich als wirklich realistisch noch erachte, ist Soulbox. Soulbox hat zwar auch, wie ich feststellen muss, immer wieder große Probleme mit dem Thema Bots, beziehungsweise ich bin mir ehrlich gesagt, nicht ganz sicher, ob die wirklich immer alle Schuhe haben. Hier sollte man regelmäßig in einem Zeitfenster von 7 bis 9 Uhr jeden Tag mal reingucken. Denn wenn ein Schuh kommt oder mehrere, dann passiert das in diesem Zeitfenster und da müsst ihr dann aber auch noch einen weiteren Punkt beachten. Denn bei Soulbox gibt es diesen Punkt, wo ihr beim Auschecken gedrückt halten müsst, beispielsweise auf dem Handy. Das Ganze liegt daran, dass ihr nicht aktiv genug auf der Website oder der App unterwegs wart. Wenn ihr euch also ein Zeitfenster nehmt, 5 bis 10 Minuten immer wieder, bevor diese Zeitfenster sich öffnen, dann einfach ein bisschen durch die Website scrollen, ein paar Produkte angucken und damit geht ihr zumindest auf der ersten Instanz schon mal durch das Netz der Bot Protection durch. Wenn die Schuhe dann wirklich erscheinen, dürft ihr auch nicht zu schnell handeln, denn auch da rutscht ihr direkt wieder in diese Bot Protection und ihr könnt nicht auschecken. Dementsprechend ein bisschen vorher aktiv sein, wirklich auch langsam handeln, wenn ihr etwas tut und euch langsam durch die Schuhe, die alle dann hochgeladen werden, durchklicken. Denn meistens sind es nur ein oder zwei Silhouetten und Modelle, die ihr wirklich kaufen könnt. Hier müsst ihr dann wirklich die Waage finden zwischen schnellem Handeln und Geduld, denn das Ganze ist wirklich sehr, sehr schwierig bei Soulbox da dann wirklich auszuschicken, aber nicht unmöglich, denn auch ich habe hier schon ein bis zwei Schuhe kaufen können. Das Ganze soll es dann zumindest auch mal in dem Rahmen gewesen sein, ich könnte hier auch noch viel länger reden und viel, viel mehr Kleinigkeiten erklären, aber ich glaube, da gehen wir dann zu sehr ins Detail und ich kann auch nicht garantieren, dass alle Punkte jetzt dazu führen, dass ihr wirklich dann auch Schuhe bei den ganzen Releases bekommt. Aber ich wollte euch einfach meine Perspektiven mal mitteilen und vielleicht bewirke ich ja, dass ihr den Schuh bekommt, den ihr gerne haben wollt. Das war es jetzt von meiner Seite für dieses Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es so ist, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und wir werden uns nächste Woche im nächsten Video sehen. Bis dahin, haut rein!